Hallo Leute, Willkommen zurück hier bei Live in the Woods. Es geht weiter und wir bauen mal wieder ein bisschen, ne? Ey, bleibst du da? Unten? Runter? Vielleicht hier oben? Nein, Falsch! Schutzmaterial. Ja, gut. Ich habe auch nicht gerade viel Dirt am Start. Weil ich glaube Pinienholz, ne? Hatten wir eigentlich jetzt gar nicht mehr so... Oder... Ne, das haben wir doch schon verbraucht, oder? Oder wir gucken nochmal bei der Hütte. Haben wir da mit dem Dach angefangen? Ich weiß jetzt nicht... Moment, kann ich schon schlafen gehen? Nee, geht nicht. So langsam wird auch Zeit, dass ich... Oben mal meinen Wohnbereich... Angehe. Habe ich hier noch Kies? Ah tatsächlich, guck mal. Juhu! Loamy Dirt. So, diese blöde Pflanze... Muss ich so wegpacken? So, jetzt kann ich schlafen. Ich will wissen, was wir für ein Holz bei der... Beim Bootshaus hatten. Ja komm, ey, das dauert nicht mehr lange. Ah, das war dieses... Äh, ich glaube, Schwarzzeichenholz, oder? Aber wir schauen gleich nach. Ich will jetzt nur ins Bett gehen. Es lohnt nicht, da runter zu gehen. Genau. Geh doch. Wir könnten uns auch noch einen Beanstalk machen. Oder noch zwei. Oh, die Tür ist offen. Das ist gefährlich. Ah, und? Bundle Dude Rattet. Danke. Das gute Fieber. Weg damit. Weg damit. Und den Apfel, den essen wir mal. Guck mal, bringt gar nichts. Tatsächlich ist so, dass Essen nervig irgendwie auf Dauer. Aber darum geht es ja eigentlich auch überwiegend so in dem Projekt. Modpack. Dass ich die immer abreißen muss, um zu wissen, was da drin war. Schwarz-Eichenholz-Bretter. Ja, ist okay, ne? Und hier war es Weidenholz. Aber... Hier Hunger hat er. Ey, wir machen jetzt erstmal Essen. Wieso habe ich denn so schnell Hunger immer? Weil ich hier durchrenne wie so ein Bekloppter. Und Fichtenholz-Bretter brauchen wir. Ist so cool, dass man die Felder nicht zerstören kann, wenn man hier drüber springt. Ah, Moment. Was haben wir denn hier? Ist der Reis fertig? Sehr schön. Achso, warte. Die musste man doch so pflanzen. Vier. Ja, der braucht noch ein bisschen. Und haben wir hier. Äh, ich habe keine Köder mehr. Und bei der Tierfalle? Äh, auch keine Köder mehr. Verdammt. Ja, brauchen wir jetzt eigentlich auch erstmal nicht. Was hatten wir denn da noch für einen Fisch drin? Ein roher Fisch. Den haben wir garantiert schon gehabt. Wo war er denn? Da, roher Fisch hier. Da. Was wollte ich jetzt genau? Holz. So, schwarz Eichenholz. Das sollte reichen. Ja, dicke. So, dann hatte ich gesagt, Fichtenholz, aber in einer bestimmten... Wo haben wir Fichte? Ah, ich nehme mal noch ein paar mehr mit. Zwei vor allem, ne? Naja, passt schon. Und... Weidenholz, ne? Ja, das müsste hier sein. Ne. Was ist das denn? Weidenholzbretter. Haben wir da nicht einen anderen Slot für gehabt? Oder war das das Tuoperholz? Das war das, ne? Hä, was hab ich... Ich geh erstmal runter. Mach erstmal das Dach. Voll das Kurzzeitgedächtnis. Was geht ab? Ja, den Steg müssen wir auch noch machen hier. Machen wir dann aus... ...nem hellen Holz oder so irgendeinem vermosten Holz. Weidenholz, aber das ganz normale. Nein, das solltest du nicht machen. Und ich hab in dem Moment, wo ich das gedrückt hab, gemerkt... Es geht nicht! Ähm... Wie Chiseln? Oh, was war denn das? Ich hab's vergessen. Das ist der Standard. War's auch nicht. Die 4. Hier. Die da. Ah, wir müssen das, glaub, von hier packen, ne? Oh, ich bin runtergeballen. Wobei, ich glaube, das reicht doch nicht hier. Nein, die waren auch gechiselt. In... Oh, weiß ich jetzt auch nicht. Warte, kriegen wir raus. Gechiselt in die Nummer 9. Nummer 9. Ja, das sieht cool aus. Aber hab ich hier... Ne, ich wollt schon sagen. Hatten wir doch gar nicht gemacht. Also mit Sneaken? Pack... Oh, ja, komm. Weil das Zeug einfach mal nix aushält, ne? Ja. Hat's gebracht. Warte. Damit wir den da... Warte. So. Oh, da komm ich nicht dran jetzt. Müssen wir uns von innen dann mal hochbauen. Aber dann ist die Hütte fertig. Ah, Sneaky schon wieder. Vorsicht. Geht nicht. Hoch, runter, hoch, runter. Oh, das ist ja kein Problem. Nein, das war wieder blöd. Autsch. Sind die da runtergefallen, Mann. Gib her. Na, noch weiter runter. Ich komm aber an den einen da oben gar nicht dran. Was mach mir denn da? Was mach mir denn da? Halt! Ja. Genau. Bin so ein Held, Alter. Das war aber so richtig dumm. Oh. Oh, da ist hier gar kein... Keiner mehr frei? Da war doch nur einer frei, oder? So, Moment. Was hatten wir denn da... Was hatten wir denn da ges... Da ist doch noch einer. Warte, wir müssen wahrscheinlich erst... Den hinten reinpacken. Genau. Oh ne, das ist der falsche. Warte. Oh, den haben wir nicht mit den Hammer. Ah, jetzt war es richtig, glaube ich. Ja. Damit das schön hier in dem Baum drin ist. Das ist das Ziel. Fail, danger, fail. So, da komm ich dran aber. So, jetzt müssen wir eh wieder unten die Teile holen. Und ich hab eh... Das war es schon wieder mit dem... Tropen... Äh, mit dem Schwarzeichenholz. Ah, guck mal hier. Da ist doch noch was. Wir haben aber auch noch kein Wasser hier drin. Merke ich grad. Ah ja, richtig. Weil wir hier auch noch nicht fertig waren. Hier sind nämlich auch noch die Fichtenholzbretter verbaut. Die dunkleren. Ach so, das war ja Tropenholz. Alles klar. Hab ich nicht. Wie ne Arm. Ob der das so hinkriegt. War so klar. Ich hab den Hammer nicht dabei, ne? Nein. Tatsächlich nicht. Wirklich nicht. Dann warte. Ähm. Ich hab nix an... Ich hab nix bei. Machen wir das so. Ah. Muss ich wieder runter. Das von unten abbauen. Wenn ich da dran komme überhaupt. Warte mal. Können wir das fangen? Ja. Aber den krieg ich nicht, oder? Nein. Statt das von unten zu machen, mit nem Gerüst zu bauen, oder so. Mach ich das sonst so gern. Egal. Die zwei packen wir da rein. Dann... Haben wir wieder ein bisschen geschafft. Cool. Ah. Oh. Die Katze. Ich überleg gerade, wo ich die Bienen herbekommen habe. Die Bienen. Haben wir die vielleicht in nem Dungeon gefunden? Also in vielen Mod-Projekts... 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 Mod-Packs... Kann man die mit so nem... Kescher fangen? Ja. Hungry ist er wieder. Puuu. Und... Und... Müde. In real life. Ja klar. Wenn ich so früh wach werde, ne? Dann waren das so... Ich muss so kurz nach 4 Uhr gewesen sein in der Früh. Aber ich... Die Nacht richtig gut schlafen! Oh. Das sieht komisch aus grad. Ah guck mal. Hier sind auch noch Fichten. Können wir doch wenigstens noch die... Wenn's reicht. Und Weidenholz. Wo war das? Äh. Das war doch irgendwo hier, wo einer alleine ist. Als ob! Wie viel Schwarzeichenholz? Achso. Klar. Hatten wir ja vorhin noch geholt. So. Und wo war das Weidenholz? Bin jetzt blöd? Hab ich alles rausgenommen grade? Achso. Wir haben nur die Weidenholzbretter. Das war's. Ah ja. Gut. Weißt du. Weidenholz kann ich mir unten holen. Da fliegt genug davon rum. Da. Das war doch Weidenholz. Ja. Oh. Ich würde aber den Baum gerne da lassen. Weil der so schön hier runter wächst. Das sieht echt nice aus. Dann nehmen wir uns den hier weg. Und mal schauen wie ich da hochkomme. So. So. Ein bisschen Weidenholz. Das sollte aber dann reichen. Wegen der Baumfarm überlege ich gerade auch wieder. Ja. Ich mein. Man läuft ja irgendwann eh überall mal wieder her. Sodass es vielleicht kein Problem ist. Wenn die weiter hinten stehen. So. Aber erstmal Reis nachfüllen. Da war's schon wieder. Winterkürbis. Genau. So, kriegen wir die jetzt durch Oh, das sieht so cool aus Neun Stück, die sollten noch reichen Hier an der Stelle Ja, ich wusste es Ich habe es irgendwie gewusst Mir gefällt das Bootshaus sehr Ist das Oh, ich wollte schon sagen Wir könnten jetzt Naja, es sieht doch So von der Seite echt Blöd aus Weil die Dachschrägen müssen eigentlich noch eine rausgucken Irgendwie Oder wir machen als Akzente Fenster Gut, dann geht's wieder So, wo hängen jetzt die Fenster? Da oben Jo, ist okay, unter dem Dach Ah, jo So, was war das Neun, ne? Neun war's Ja, die Fischerhütte ist fertig Also das Dach Hier könnten wir vielleicht mal schauen Ob wir oben irgendwie Fenster So, in diese Höhe rein Boxen Mal sehen, wie es aussieht Eins, zwei Da Da Ja, ist ja egal Wenn das jetzt nicht Wie auf der anderen Seite ist Da ist ja auch Die steht ja hier auch höher Ja, auf jeden Fall noch ein Fenster rein Oh, na, hier ist blöd Machen wir da noch zwei rein Unten irgendwie auch noch Oder? Da sind noch hier vorne die zwei, ne? Ja, da sieht's wiederum blöd aus Dann lassen wir das so Ist auch nur ein Bootshaus Noch keine Tür drin, natürlich Ah, ja, richtig Warte Wie, was hatte ich hier eigentlich noch genau vor? Hm Okay, Leute Wir sind eh schon drüber Ich bedanke mich fürs Einschalten Gib mir Oh, nein, will ich nicht Gib mir einen Daumen nach oben Wenn es euch gefallen hat Hallo, da ist er Und wir sehen uns im nächsten Part Hau drin Bis dahin Tschüss Ich bedanke mich Wir sind eh das